So, also wir haben herausgefunden, dass es Schor ist und nicht Soar. Okay, das hatten wir schon. Alles klar. Nein, ich... Der Ring... Alter, diese Musik, ich kann mich nicht konzentrieren. Schnauze! Ich trete gleich die Tür ein. Also gut, so radikal wollen wir jetzt auch nicht sein. So, wo ist der Ring? Wo ist der Ring? Ist das der Ring? Nein, das ist doch kein Ring. Ich leuchte ihn einfach mal fünfmal. Alter. Gibt es Schor wirklich? Ah, jetzt. So, was haben wir hier? Nein. Okay, you will find Schor in all the corners of the world. Aber, kann ich das öffnen? Interact? Ich bin mir nicht sicher. Sprint Keys to Rutaimo. Wolf Mass... Na gut, aber... Mit dem kann ich ja nichts machen. Hm. In all corners of the world. Ist das irgendwie ein Tipp? Vor allem dieses Schor ist gut. Ich meine... Wenn es wirklich ihr Gott ist, den sie huldigen... Ist es irgendwie... Dieses Schor ist gut. Ja, ich meine... Er ist... Er ist jetzt unsere Gottheit. Aber er ist gut. Er ist gut. Beten wir ihn mal an. Er ist okay. Ich weiß nicht. Das wirkt alles so. Es ist zwar... Also bis jetzt ist das Spiel echt cool, aber... Ich hätte mir ein bisschen was Böseres gewünscht. Ist da... Wo ist der Ring? Wo ist der Ring? Muss ich jetzt runtergehen? Kann ich damit noch was machen? Kann ich das aufmachen? Ist die Frage. Aber ich kann es... Glaube ich nicht öffnen. To interact if possible. Anscheinend ist es ja nicht passable. Ist da irgendeine versteckte Nachricht? You will find a soul... In all corners of the world. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ich weiß nicht. Sollen wir schon mal in den Keller runterschauen? Ich glaube, ich schaue mal in den Keller runter. Irgendwas... Inspect the box on the table. Ja, aber... Ich kann damit... Ich glaube, ich verstehe, aber... Tita... Warte. Es gibt hier so schöne Optionen. Äh... Na, ohne Option. Kann ich... Wie mache ich das denn auf? Das ist jetzt echt... Nicht so leicht, wie es aussieht. Ich kann auch irgendwie... Ah... Irgendwas... Ich habe doch gerade was gehört. Das gibt es doch nicht. Da ist doch sicher der Ring drin. Da ist doch hundertprozentig der Ring drin. Da, ich sehe ihn doch, oder? Äh... Ey... Komm. Komm. Left Mouse Button oder A. B-P... Hm. Das ist echt... Ey, come on. Ey. Ey, ich bin gerade... Ich bin... Hint. Expect the box. Dieser... Hallo. Dürfst du reinkommen? Ich möchte mich beschweren. Ey, dieses Geklimper. Ey, ich... 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 Ich frage mich gerade echt, wie man das denn macht. Es ist Move and Sprint Keys to Rotate. Moves... Maus to Move. Let's know. Interact. Ja, aber... Er interacted nicht. Er... Es tut mir leid. Ich verschwende gerade hier voll die Zeit, aber er interacted einfach nicht. Darf ich bitte, äh... Geht es wirklich... Vielleicht geht es nur darum... Geht es nur darum, dass ich das da hinten gesehen habe? In all corners of... Ach! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist ja... Ich bin ja so ein Tölpel. Ich bin ja so ein Tölpel. Was haben wir hier? Ein weiteres Rätsel. Ich muss jetzt erstmal hier die... Die Box irgendwie... Zurecht drücken. Ich weiß, es sieht vielleicht leicht aus. Ist es aber nicht. So, was haben wir jetzt hier? Kann man hier was drücken? Ah! Okay, wir haben einen Schlüssel. Und wieso habe ich das Gefühl, dass es uns jetzt in den Keller führt? Wieso habe ich das Gefühl, dass... Irgendwelche kranken Sektenmitglieder, die ihren... Ihre Gottheit, die sie gut finden, verteidigen wollen, nicht freundlich gesinnt sind? Ich nehme die Treppe. Ich bin... Komm, Kondition muss sein. Ich glaube, wir werden in diesem Spiel noch ein paar Mal laufen. Wir sind im Untergeschoss. Ich habe keine Tasche... Ah, sehr gut. Liebe, eine... My shoe, my love. So, hier ist ein Maschinenraum. Da ist nicht offen. Hier können wir auch nichts machen. Sind das Kerzen? Nee. Was ist das denn? Was sind diese roten Dinge? Hier können wir auch nichts machen. Hier haben wir noch einen Lichtschalter. Nein, nein, nein. Sind das alles die Räume, der... Ich meine, die haben ja alles das Gleiche drin... Oh, drinstehen. Schluck auf. Ey, komm. Ist das nicht den Ernst? Deine scheiß Technomucke kannst du den Wahnsinn stecken. So, der will... Hä? Ah, hier. 5B. Nichts. Was steht da? Da müssen wir doch sicher rein. Das Einzige mit einem... Ah, nee, es gibt mehr Schlösser. Okay. 4A. 2F. Kreuze. Tom... Tom Close. Dieter... Dieter... CDs... CDs plus Books. Okay, okay. Ah, wieso? Ich meine... Krona Stahl. Krona Stahl. Ach, das ist einfach der Hersteller der Wände. Krona Stahl. Ich dachte, das ist irgendeine verbotene... Ich frage mich aber, was kann ich hier noch machen? Ich kann irgendwie nicht. Nee, nee, du kannst es... Hm. Ich kann nichts machen. Aber das Problem ist... Ist da irgendwas drin überhaupt? Muss ich weiter? Kommt hier die Mucke her? Das hört sich vor manchen Türen direkt so an. Hm. Nee, es muss hier irgendwo sein. Wir haben einen weiteren Schlüssel. Aber das gibt es doch nicht. 5B. Wir können... Ich kann nichts mit den Schlössern machen. Das ist... Ich kann... Nein, nein. Nee. Das Einzige, was aufgeht, ist das hier. Und hier steht auch was von Toms Clothes, aber... Kann ich irgendwas damit machen? Das glänzt so schön. Ist hier irgendwas Verstecktes? Komm, das gibt es nicht. Wir haben einen Schlüssel. Aber es gab auch keinen Hint. Also ich bin mir nicht sicher. Muss ich vielleicht... Gab es noch was anderes, was ich aufsperren musste? Eigentlich nicht. Also soweit ich jetzt weiß, ich... 3C... 4A... 2F... Wir können ja nochmal... Und hier ist keine Nummer. Hier ist keine Nummer. Hm. Der Kroner Stahl, der kann uns auch nicht weiterhelfen. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen nochmal nach oben schauen. Habe ich was vergessen? Das gibt es doch nicht. Hm. Aber immer noch keine Spur von unserem Freund Tom. Wir können ja mal... Aber... Sinnlos jetzt die ganzen Türen ausprobieren, ist ja auch jetzt nicht nötig. Ne, das ist... Stehen hier die Nummern dran? Nein, da stehen nicht die Nummern dran. Ah. Ah, das war jetzt... Die... Das war jetzt absolut Glück irgendwie. Ich hätte... Ich wäre... Wenn ich da jetzt nicht draufgedrückt hätte, wäre ich nie draufgekommen, dass ich den Briefkasten öffnen muss. Mietmi Immobilien, June 22nd, Mr. Dr. Berger, Breitestrasse 753-10580-Bärtschikon. Was ist das? Irgendein Burr. Dear Mr. Berger, I'm afraid I have to inform you that my Mietmi Immobilien has received several complaints against you. First, noise. A gang is unsuitable for an apartment building. Please refrain from playing it ever again. Second, subletting. It appears that you are subletting your apartment to at least two more people, which is in violation of the contract you signed when you moved in. Please make sure those people leave your apartment ASAP. If you choose not to follow these simple rules, you will be expelled from the building. Ich kann nicht lesen. From the building. Tamara Trona. Okay. Also unsere Vermieterin... Es gab verschiedene Beschwerden, einmal wegen den Geräuschen. Oder wegen dem Lärm, der von dem Gong kam. Und weil wir anderen Menschen die Möglichkeit geben, in unserem Apartment zu wohnen. Was ja auch nicht ganz regelkonform ist anscheinend. Aber sonst war da nichts drin, oder? Nee, nur der Brief. Hm. Kann ich jetzt vielleicht unten aufmachen? War das vielleicht einfach nur nötig, dass die Quest... So, wo haben wir denn den Tom? Ist es der Tom Krumm? Krummack? Nee. Habe ich irgendwo noch den Tom? Da ist der Typ, der Klavier spielt. Hier haben wir einen Tschechen. Hier haben wir Marge. Emily. Schmidt. Werner. Sigrist. Nee. Wie hieß denn nochmal der Tom mit Vornamen? Mit Nachnamen meine ich. Was rede ich? Okay, es geht hier anscheinend nicht weit. Hier ist immer so ein Bohrer. Und das war nicht mal der Schlüssel. Das war nicht mal der Schlüssel. Das war jetzt echt... Die werden der Schlüssel immer noch. Ich... Ich... Ich habe jetzt schon gedacht, ja. Ja. Aber nein. Aber nein. I love shoes. Ah, vielleicht... Na, aber nein. Ah doch, es gab noch einen Raum, der abgeschlossen war in seinem Zimmer. Oder in seinem Apartment, besser gesagt. Ah, hier. Hier. Ja. Und ich renne ewig im Keller schon rum. Ich bin viel zu voreilig. Sure is within you. Hier haben wir einen kleinen... Einen kleinen Altar. Und das Buch der Bücher... Ah, das... She with us. Was? Alter. Alter. Der sieht ja echt... Der sieht... Der hat den Wahnsinn im Auge. Wenn er dich so anschaut und auf dich zurennt in einem dunklen Kellerflur. Nee. Kann ich ihn küssen? Ah. Kann ich... 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 Ich kann ihn aber nicht küssen, oder? Live for soul. Kann ich jetzt... Ist jetzt... Äh... Unten der Keller frei? Sure is within you. Sonst gibt's hier nichts. Haus und Kernküchen. Bei Haus und Kernküchen... Kauf ich immer ein. So. Ich glaub jetzt... Jetzt... Ich glaub jetzt ist die Zeit für den... Alter. Alter. Ich glaube... Alter. Alter. Ich hab... Ohne Scheiß... Gänsehaut. Ich mein, das... Ich mein, das hört man oft. Aber... Gerade diese bedrückende Atmosphäre in diesem Gebäude. Es ist echt bedrückend. Niemand auf den Fluren... Oh! Nein! Nein! Oh mein Gott, was ist das? Alter. Alter. Ich hab grad so Schiss. Ha. Oh mein Gott. Ich dachte, irgendjemand kommt auf mich zugelaufen mit seinen Klapperstuhl... Schuhen. Alter. Lass doch da. Ich hab grad... Mein Herz. Am Anfang stand ne Warnung. Ah. Hier ist die versteckte Tür. Alter. Und ich mach mich vorhin noch lustig über ihre Religion. Was bin ich denn für einer? Oh. Ich glaub jetzt geht's erst richtig los. Ich glaub jetzt geht's erst richtig los.